Moin zu einer neuen Folge aus der Corner, wir sind in wunderbaren Köln, ja am, wie heißt das? Am Kap? Kap 686 Kap 686 Ja, ich habe einen wunderbaren Gast mit dabei, wunderbare Gästin Ich weiß nicht, ich habe immer noch nicht nachgeschaut, ob das das richtige Feminino ist Ja, oder? Gästin? Sagt man das? Ja, passt Sofort auch was mit dabei, Hallöchen Hi, wie geht's? Schön, dass du da bist Das freut mich Das freut mich riesig Witzigerweise kennen wir uns kaum Ja, wir haben uns einmal auf Rehwies Geburtstagsparty kennengelernt Ja, das ist das erste Mal Ja So, und ich habe dich aber schon vorher gesehen durch Philo, aber als er noch Reefdog Das ist so lange her, ne? Das war noch mit diesem Was rockst du heute? Ja, aber da war auch noch dieser, ich glaube, der war Lehrer oder so, der hatte so einen starken Englischen Bartmann Bartmann, ja Ja, oh mein Gott Die kennen auch mit dem Bartmann So, aus den Zeiten, das ist aber jetzt safe, zwei Jahre her Ja, das war ganz am Anfang Das war zu eurer Anfangszeit, du kommst ursprünglich von TikTok Ja TikTok-Creatorin Ja, aber hattest da relativ zügigen Aufstieg, ja Wie lange hat das so gedauert, bis du so die Million voll hattest? Boah, ich war echt, also mein, also ich bin OG-Tiktokerin, das ist das Einzige, was ich am Anfang gemacht habe Ist so krass, dass man so sagen kann, OG-Tiktokerin und die Plattform ist in der Form erst so, keine Ahnung, vier, vier Jahren? Ja, genau Das ist krass Ja Das ist überkrass Also ich war ganz am Anfang da und dann bin ich halt übelst schnell gewachsen, also ich glaube innerhalb von, unter einem Jahr hatte ich dann die Millionen und dann war ich auch erstmal stagniert, wenn ich ehrlich bin, aber ich hatte auf jeden Fall unter einem Jahr eine Million Und ich, 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 ich krebs so auf, so sechs Jahre lang auf Twitch rum, so und ich war 100k gemacht Aber damals konntest du auf TikTok auch so übelst schnell wachsen Das war ein geisteskranker Algorithmus, so, das ging ja super, super zügig Ja, also jetzt, wenn du halt auf TikTok anfängst, so die ganzen Neuen, die auch so übelst am Poppen sind, die, keine Ahnung, haben so drei, vierhundertk oder so und haben halt übelst krasse Views, aber du kannst halt nicht mehr so krass wachsen wie damals Aber ist das, liegt das daran, weil die Plattform jetzt mittlerweile schon so, ich sag mal, etabliert und gesättigt ist? Ja, ich glaube schon Oder meinst du der nächste, das nächste große Ding, die nächsten großen Millionen-Creator, da wirst du nochmal so eine, so eine Zeit geben, wo neue richtig aufsteigen? Boah, ich glaube, das ist Sven dann auf einer anderen Plattform Ja, also Aber ich frage mich, was da jetzt noch an einer anderen Plattform kommen soll Ja, das will ich auch wissen, weil dann wüssten wir die Staaten und werden nur Multimillionäre Ja, das ist ja krass Ich hab immer, ich hab immer so gehofft, so einmal irgendwie so ein Pionier zu sein, aber ich sag so, TikTok gesehen, ich hab mir so, wie so ein Rentner, das hält sich nicht durch Ja, aber ich bin auch übel schlecht im Trend sehen Aber damals, ich glaube, man konnte so schnell wachsen, weil echt alle auf Follower gegeiert haben Ja, voll, oder? Es war einfach nur so Follower, Follower, Follower und dann konnte man übel schnell wachsen und damals gab es halt viel weniger Creator Ja, okay, das ist dann wahrscheinlich dieselbe Dynamik, die YouTube auch schon durch hatte Ja, da hätte man auch anfangen müssen Ey, voll, voll, voll Ey, ich hab damals, ich sag ehrlich, pass auf, kleine Henke-Anekdote Damals, es gab einen Let's Player, LookslikeLink, der gehörte so zu diesem Gronk-Team Ja Der hat so Zelda-Let's Played Oder er hatte damals, das war einer der wenigen, die so Konsolen-Let's Played haben, weißt du, so Nintendo-Konsolen Ja Und ich hab damals, 2013, hatte ich das alles schon im Warenkorb Ich hätt's einfach nur bestellen müssen Ja, du hättest einer der großen YouTuber werden können Ich wäre der nächste Con-Crafter, Alter, was ist los? Ey, jetzt bist du ein großer Podcaster Ja, jetzt bin ich, jetzt, guck mal, jetzt bin ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jetzt geht's auch gut Weißt du, jetzt hab ich nichts zu meckern, alles super Liebe Grüße Nee, und dann ging das, ging das da weitestgehend so Hast du, hast du, wie hast du das, hast du täglich gepostet? Ja, also ich hab teilweise echt zehn Videos am Tag gepostet Zehn? Das waren zehn Videos am Tag gepostet? Ich hab einfach rausgeballert, ich hab auch nicht nachgedacht So, ich hab immer gedacht so, raus, nehmt's, ist gut genug Ja, und dann bin ich halt übel schnell gewachsen Ähm, dann hatte ich so eine kleine Krise Ich hatte, also, keine Ahnung, war einfach zu schnell Ja Ähm, also wir reden doch so darüber Wir reden einfach alles, was du willst Also ich hab halt super schnell gewachsen Ich war damals noch so Studentin, hatte so einen 700 Euro Studentenlohn Was hast du gemacht? Was hast du studiert? Ähm, Politik und Geschichte Ja Wow Ähm, und dann hab ich halt immer innerhalb von einem Monat, als ich die Millionen erreicht hab Kam halt so, das ist ja selber so, ne? Ja, klar Kam halt Managerns auf mich zu und alles, das war übertrieben krass Und irgendwie konnte ich dann nicht richtig mit umgehen Und dann Man unterschätzt das total, ne? Also man unterschätzt, man sagt sich immer so Also jetzt, äh, nicht, dass du das bei dir oder dass du selben Gedanken unbedingt zwingend hattest Aber bei mir war es so, äh, als es quasi so ein bisschen mehr wurde Und man hat sich, man sagt sich immer so, ach, ich bleib immer humble, so Ich bleib immer auf dem Teppich Aber zwischendurch, es passiert, man merkt es, es passiert wahnsinnig schnell Dass man so ein bisschen, fast schon ein bisschen die Haftung verliert Und sich so, sich so ein bisschen von der Normalität entfernt Dass man halt so sagt, oh Alter, so, äh, jetzt hab ich die Knete Ja komm, jetzt geb ich das mal aus So, und, ähm, geht dann total in diesen Content-Tunnel rein Vergisst dann aber eigentlich die ganzen, die ganzen Sachen, auf die es so eigentlich ankommt So, teilweise, äh, dass man sich nicht mehr so häufig bei Freunden meldet Dass man sich bei Familien nicht mehr so häufig meldet Ist dann noch schlimmer, wenn man irgendwie weggezogen ist Und, äh, also hätte ich, hätte ich da nicht die, ich sag mal, den Freundeskreis gehabt Die gesagt haben, ey, Junge, setz dich mal auf den Pott hier so ein bisschen Komm mal ein bisschen klar Äh, boah, ich weiß nicht, was da passiert wäre Deswegen gucke ich da aber auch mit großer Sorge drauf Wenn so sehr, sehr junge Content-Creator halt groß gehen Vor allem, wenn es super schnell geht Ja, eben Bei mir war das echt, das war so, in meinem Kopf, so von einem auf den anderen Tag Ja Super, super schnell ging das Und, äh, ich konnte, also, es war einfach zu viel So, zu viele Leute wollten auf einmal etwas mit mir Es waren zu hohe Beträge Und ich hab einfach, ich wusste gar nicht mehr Also, ich hab, ich hatte Angst, auf mein Konto zu gucken Nicht, weil es zu wenig ist, weil ich einfach so viel Druck empfunden habe Und, äh, das war gerade, ich war vier Jahre auf einer Weltreise davor Oh, geil Ja, und dann hab ich aber leider auch echt viele Freunde Dadurch, dass du vier Jahre weg warst, hatte ich halt nicht mehr so viele Freunde Ja Und, ähm, ja, keine Ahnung, dann hatte ich irgendwie nicht mehr so eine richtige Haftung Und dann bin ich nach Bali abgehauen, weil ich einfach ein bisschen chillen wollte Also, es war mir einfach zu viel Ich hab halt in Berlin gewohnt und alle wollten was von mir Und die ganzen Events und es war einfach zu viel Und dann musste ich mich rausziehen, ja Weißt du, wo du ursprünglich herkommst, welche Ecke? Äh, ja, aus Kleve, es ist hier so in der Nähe So in der holländischen Grenze, ja Schön Holland, ist auch schön Ja, ist echt schön Aber immer dort gelebt? Äh, ja, aber jetzt hab ich schon, also ich hab das letzte Mal aufgezählt Ich bin in den letzten zwei Jahren zwölfmal umgezogen In sieben verschiedenen Ständen Zwölfmal umgezogen, sieben verschiedenen Ständen Wo warst du überall? Also, ich hab in Berlin gewohnt Äh, dann bin ich nach Bali umgezogen Dann bin ich nach Bad Ach, du hast richtig auf Bali gelebt? Ja, ja Wie lange warst du da? Ein Jahr ungefähr Ach, krass Ja, dann bin ich nach Madeira umgezogen Mhm Dann nach Innsbruck, also Österreich Innsbruck? Ja Äh, warum denn Innsbruck? Ja, ich wollte snowboarden Ach, geil Genau Ähm, dann nach Wien Und jetzt wohne ich in Köln Aber Wien ist schön Ja, Wien ist super schön Wie kamst du auf die Idee, den Move nach Österreich zu machen? Weil jetzt siehst du, dass du sagst, so als Content Creator, so typischer Move Okay, jetzt nach Wien oder nach Österreich Ja, ich hatte, glaube ich, wieder ein bisschen Ich hatte einfach Angst, wieder zurück so in die So in so eine Area zu gehen, wo super viele Content Creator ist Man wird ja in so eine Bubble gezogen Ja Das Ding ist halt, ich hab vorher in Berlin gewohnt In dieser Content Creator Bubble Aber es waren halt hauptsächlich so WNTM-Models und Ach, ehrlich? Ja, ja, voll Es waren eher so Instagram-Girls, die halt alle super, super hübsch waren Und super, also einfach krass aussahen, auch in Real Life Ja Man kann sagen, was man will, die photoshoppen sich sicher auch Aber die sehen auch echt krass aus Ja, klar Und, ähm, auch alle mit ihren Chanel-Taschen und so Und ich will das auch gar nicht runterreden Aber ich hab halt irgendwie mich voll angefangen zu vergleichen Und, keine Ahnung, wenn halt so ein Girl, die 1,80 Euro ist, 50 Kilo Wiegt mit ihrer Chanel-Tasche, sagt, die ist zu fett Dann gucke ich mich halt selber an und denke mir so Aha, okay, cool, great Was? What? Ja, geil Und deswegen wollte ich da unbedingt weg, weil ich einfach nicht mehr so Ich hab halt irgendwie gedacht, ich muss jetzt auch eine Chanel-Tasche haben Und hab mir dann irgendwann gecheckt so Warte, ich wollte nie sowas haben Ich war nie so ein Marken-Girl Also, warum willst du das jetzt auf einmal? Und deswegen bin ich weggezogen Und ich hatte auch, glaube ich, nach Bali dann Angst Dass ich wieder so in diese Bubble komme Wo ich mich wieder so unwohl fühle Und voll vergleiche und bla, bla, bla Dann wollte ich auch snowboarden Ich war Snowboard-Lehrerin voll lange, deswegen Hä, wie geil Ja Du hast voll viel gemacht Ich unterschätze das richtig Das ist mega Ich hatte noch ein Leben vor Social Media Also, du hast da quasi Aber dann normal Abitur gemacht Und dann Politikwissenschaften studiert Und so weiter und so Zwischendurchs-Dobo-Lehrerin gewesen Ja Was hast du noch gemacht? Ja, weiß ich nicht Hast du noch ein eigenes Restaurant? Nee Also, nach dem Abi bin ich vier Jahre Weltreise gegangen Und dann habe ich studiert Aber vier Jahre ist voll lange, Alter Ja, I know Wie hast du das finanziert? Ich bin nur 500 Euro los Und dann habe ich halt gearbeitet Und dann so Travel-Work-Geschichten Ja, genau Ja, geil Ja Hä, das ist feier überkrass Wollte ich auch immer machen Habe ich mich nie getraut Ja Weil ich bin auch faule Schwein Wenn auch ehrlich gesagt Ja, aber finde ich Finde ich krass Dann in dieser In dieser Bubble Wo du dich quasi befunden hast So in Berlin Hast du dich dann einfach Du sagst, hast du dich dann einfach Nicht mehr so wohl gefühlt damit Wie ist jetzt heutzutage Mit den Content Creator Mit denen du gehst Weil ich sag mal Werde ich das jetzt so Ich habe ein bisschen so Dein Kram noch ein bisschen angeschaut Wir haben ja Leichte Überschneidung So in den Bubbles Weil du bist ja jetzt mittlerweile In Köln angekommen Seit Drei Wochen oder so Stimmt, du hast ja gesagt Als wir das erste Mal Da hatten wir kurz gequatscht Du warst ja auch drei Wochen erst Ja Wie ist es bisher? Ich liebe es Das ist echt cool Das ist witzig, oder? Ja Weil hier ist es halt Also erstens sind eh alle Wie eine Family Also sind super süß Ich wurde voll krass aufgenommen Weil ich bin auch übelst dankbar Einfach Wie die mich alle aufgenommen haben Und ich glaube hier ist das Ein bisschen anders Weil hier sind alle Also richtig so Creator Creator Ja Ich glaube niemand Also die wenigsten verdienen hier Mit ihrem Aussehen Ihr Geld oder so Die allermeisten verdienen mit Dem Geld, was sie machen halt Also mit Creations Ich überlege gerade durch Ah ne, alles Content, Leute Alles Content Creator Ja Durch und durch Ja Ich glaube also Berliner Bubble War halt eher so Instagramer Die Alle einfach Auch total nette Also jeder super super lieb Also ich kann das nicht Stimmt ja Aber Da ist es halt Noch ein bisschen überflächlicher Und ich glaube hier in Köln Ist es eher so ein Ding von Okay du Du musst halt krasse Sachen machen Ja Dann bist du halt krass Ja Und das gefällt mir voll gut Also ich liebe es hier ja bis jetzt Aber ich bin auch erst seit drei Wochen hier Keine Ahnung Guck mal die Sache ist Ich glaube dieses Ich finde auch dieses Oberflächlichkeitsthema Finde ich gar nicht mal so schlimm Beziehungsweise ich finde es Ich finde es auch fein Wenn Wenn Leute sich damit so zufrieden geben Und dann einfach Die machen ihren Grind Die posten auf Instagram ihre Bilder Machen so ein paar Plays Kassieren da einen ab Ist ja völlig Gönnt Sei denen alles gegönnt Ist ja geil Aber ich persönlich Finde es einfach schöner Wenn man sich so eine Legacy aufbaut Wie du das beispielsweise Mit deinem Format noch machst Oder wie Keine Ahnung Wie ich das jetzt hier mit der Corner mache Oder Revi mit seinem Kram Oder nehmen wir alle anderen Content Creator Die hier in Köln irgendwie rumfleuchen Das finde ich irgendwie charmanter Und eine coolere Form von Content Creation Weil es basiert Es basiert halt irgendwie auf Inhalten Die müssen jetzt nicht unbedingt Akademisch anspruchsvoll sein Machen wir uns jetzt nichts vor So wenn wir jetzt irgendwie Keine Ahnung 15 Dates von Revi angucken Das ist so von der Produktion her Und vom Aufwand richtig cool Aber da Ist halt Entertainment Ist halt Es ist purist Entertainment Und das ist auch völlig in Ordnung Total So Das ist völlig Es ist völlig fein Einfach Entertainment zu machen Ich finde es auch cool Wenn Girls mit ihrem Aussehen Also Models Mein krassesten Respekt Die arbeiten auch an ihrem Körper Und an allem möglichen Aber es ist halt Es ist halt trotzdem Krasser Druck Und irgendwie auch Krass toxisch Wenn du Ja Wenn du dich damit vergleichst Vielleicht auch Toxisch zu sich selbst Ja voll Also ich meine Ich glaube Einer der schlimmsten Jobs Das ist so Fitness Influencer Das stelle ich mir schrecklich vor Das stelle ich mir auch richtig schrecklich vor Weil jeder Jeder bewertet ja nur Die kleinste Veränderung Deiner Form Ja Bemerkt ja jeder Und kommentiert ja jeder Und jeder hat ja so eine scheiß Meinung dazu Das ist ja erst allgemein So ein Problem Diesen ganzen Influencer Content Creator Ding Dass jeder eine scheiß Meinung zu irgendwas hat Ja Habe ich auch gleich noch eine Frage zu Aber ich glaube Das ist wie du schon sagst In dem Sektor Richtig fatal Ja Richtig schlimm Machen wir eine kurze Gesprächspause Das ist noch ein kleiner Ja Aber trotzdem laut Ich drehe gerade Entschuldigung Wir nehmen hier gerade was auf Ja besser ist Jetzt ist er leiser Ich stelle es mir richtig krass vor Wenn du so ein Fitness Influencer bist Boah So ein insaneer Druck einfach Wow Komplett Ich habe das Also das Letzte große Beispiel Was mir so einfällt War so eine Sophia Thiel Die dann auch tatsächlich einfach Erstmal untergetaucht ist Für eine lange Zeit Ja Aber ich check's jetzt nicht Ich glaube die ist eine total liebe Aber ich check's nicht Weil sie ist jetzt wieder zurück Und jetzt fühlt sie sich wieder wohler In ihrem Körper Und jetzt zeigt sie den auch wieder Und jetzt macht sie wieder Alles mit ihrem Also jetzt Weiß ich meine Sie geht ins gleiche Loch wieder Ja Also ich habe es nur auf TikTok gesehen Sie macht wieder so Sie presentet ihren Körper jetzt wieder voll Und ich denke mir Girl Das ist doch Also ich meine Sei stolz drauf Das ist super was du es machst Aber es ist doch das gleiche wieder in grün Aber man sieht sich das an Und denkt sich vielleicht Bist du dir so sicher Ja bist du dir wirklich sicher Dass du diesen Weg nochmal gehen willst Weil ich glaube Weißt du Ich glaube Ich wäre auch nie in die Irgendwie in die In diese Option reingeraten Und ich glaube die Selbstreflexion habe ich Dass ich jemals irgendwie In so eine Modelrichtung gehe Wieso ist es ein schöner Mann Guck mal genau Fischling verkauft Du hast richtig abgeholt Ja Nee Spaß Aber auch dieses Also ich habe kein Problem damit Irgendwie so im Mittelpunkt zu stehen So oder irgendwie Gesprächsthema zu sein Aber ich glaube ich bin eher so ein Typ Deswegen Falle ich auch vielleicht Auf manchen Events So nicht unbedingt so krass auf Ich bin eher jemand Der sich so ein bisschen Mehr zurückhält Findest du? Nee finde ich nicht Ja also ich rede gerne Ich rede gerne so mit Leuten So aber ich halte mich Wenn es jetzt beispielsweise Wenn jetzt irgendwo eine Kamera Darauf gerichtet wird Dann halte ich mich eher gerne am Rand Finde ich entspannter Aber ich finde du fällt schon auf Weil du halt super cool bist So super lässig Ja voll lieb Mütchen Dankeschön Hä voll richtig nett Jetzt weiß ich nicht Wie ich damit umgehen soll Nee pass auf Mich hat nämlich interessiert Was ich gerade fragen wollte Zu diesem ganzen Öffentlichkeitsthema Weil du hast in deinen TikToks ja Recht viel von dir erzählt So auch so über Beziehungssachen Über Datinggeschichten Sind das so Sachen Wo du im Nachhinein sagen würdest Okay jetzt heutzutage Würde ich es anders angehen Oder ist das was Wo du gar kein Problem mit hast Wie war das zu deiner Anfangszeit? War es etwas so über die du dir Gedanken gemacht hast? Nö Doch Also ich sag mal so Ich hab nicht das Gefühl Dass ich meine Privatsphäre aufgebe Ja Weil alles was ich sage Schon ist nicht krank Privat Auch wenn es privat wirkt Also du Du setzt dir quasi So eine gewisse Grenze Ja Ja also Also es ist jetzt nicht Show was ich mache Es ist schon alles echt Aber Ähm Ja also ich erzähle halt von meiner Freundin Und das finde ich auch voll okay Und ich finde es auch irgendwie gut Weil es halt voll vielen Girls So Die Ich finde es schon empowering Weil ich sehr viele Nachrichten bekomme Von Mädels Die sagen Hey ich glaube ich finde Das gleiche Geschlecht auch ganz gut Oder ich weiß nicht Wie ich mich outen soll Oder so Deswegen ich finde es schon irgendwie cool Was ich Dass ich das so sage Aber So intime Details Über meine Freundin Und mich sag ich auch nicht Also es ist eigentlich immer nur so Man denkt man sieht alles Aber man sieht eigentlich relativ wenig Ja Also ich Ich kratze auch eigentlich nur in der Oberfläche Deswegen ich überlege mir das schon Ja Es wirkt halt nur sehr intim Voll Vielleicht ist es Ist es die Art und Weise Wie du es Wie du es ansprichst Oder wie du mit umgehst Vielleicht hast du auch so Ich würde sagen Du hast ein gutes Talent dafür Dass Dass Leute sich in dem Content Vielleicht identifizieren können Oder auch wiederfinden Ich glaube das ist aber Sehr sehr gut Das ist eine gute Eigenschaft Dankeschön Und Das ist auch was Was glaube ich Die Jugend von heute auch Ich glaube viele sind Etwas verloren In dem Wie die Welt sich gerade so bewegt Oder wie die Welt sich gerade so verhält Und Deswegen bin ich Auch wenn es immer Ich sag mal Die ältere Generation Immer auf Auf uns Content Creator schimpft So auf Influencer Ich glaube Influencer haben eine Signifikante Wichtige Rolle In dieser ganzen Gesellschaft So eingenommen Dass es einfach Diese Identifikationsfiguren braucht Und das gibt halt Social Media her Sodass Leute Aus so dieser gesellschaftlichen Mitte Einfach mit Content Ohne Hilfe von Managements Oder irgendwelchen Gatekeepers Aus der Medienindustrie Hochkommen können Und Das for living machen können Und Ich glaube Das sind dann Personen Die viel näher An der Realität dran sind Als jetzt Weiß ich nicht Der Der fünfte ProSieben Moderator Ja Ja mit denen kann man sich ja sowieso Nicht identifizieren Oh sorry Freddy Ähm Boah Also wie gesagt Ich glaube so Wenn du real zeigst Dass du halt auch struggelst Dass du Probleme hast Und dass du halt Das nicht einfach so geil ist Auch dass du Als Girl Dass du sich umgeschminkt zeigst Und dass du nicht einfach aussiehst Wie ein fucking Poster Model Ja Dann ist das glaube ich schon gut Aber im Endeffekt Man vergleicht sich ja immer Und ich glaube das Man muss das selber irgendwie arbeiten Weil guck mal Ich damals Als es noch kein Social Media gab So alt bin ich schon Äh Hab ich Äh Oh mein Gott Ich hab gerade so was richtig Boomer mäßiges gesagt So So alt bin ich schon Ähm Ne aber ich hab mich damals auch Mit dem hübschesten Mädchen In der Klasse verglichen Ja War auch nicht geil Aber ich glaube Ich glaube das macht jeder oder Ja Oder Die meisten wahrscheinlich Die sehen Sehen irgendein Irgendein So ein Ideal Denken sich Okay ich versuch da irgendwie Möglichst dran Dranzukommen Oder jeder setzt sich glaube ich Vielleicht so ein Idol Ähm Und die die es nicht tun Sind entweder Lügen Oder sind halt eine Ausnahme Ja Ich glaube man muss sich Das Wichtige ist Dass man sich immer vor Augen Füllen muss Dass Dass alle das gleiche machen Dass jeder Hauptsächlich an sich selber denkt Und sich selber mit anderen vergleicht Und da Ist man selber keine Ausnahme So Die perfekte Person Wenn du irgendeinen Model vor dir siehst Oder irgendjemand Der ein krasses Leben hat Die Person denkt sich auch gerade Oh die hat ein krasses Leben Die hat eine krasse Beziehung Ich will das auch Oder Die ist so hübsch Oder so Das denkt jeder Egal wie erfolgreich Ja voll Ja das ist die Das ist gewisserweise Die Oberflächlichkeit der Öffentlichkeit So Ja ja safe Aber Ja Ach keine Ahnung Ich mag meinen Job Und ich glaube wir sind gerade Good to go Ich glaube wir sind völlig fein Aber es ist etwas sehr Wichtiges Was du ansprichst gerade Weil Ich glaube das ist auch Einfach ein signifikanter Punkt dessen Was die Arbeit von Influencer ausmacht Weil Was ich gerade sagte Du hast jetzt ein TV so Oder was du auch gesagt hast TV dieses Okay alles ist so glatt geleckt GNTM Hey wir sind so alle Cleaner Models So Und sehen alle super aus Gut da hast du auch zwischendurch Diese Zankereien Die dir irgendwie gezeigt Ich hab's nie so richtig geguckt Ich krieg immer nur so Clips mit Wenn die anfangen beim Umstyling zu heulen Und so Das ist dann immer Wie es gibt ein Umstyling Ja bro Das sind fucking 10 Stoffen Was ist los Wie man schneidet mir die Haare ab Hätte ich gar nicht gerechnet Ne das mach ich schon mal gar nicht Hey aber ich glaube Das ist das was Was auch irgendwie Das Ganze so menschlich macht Ich meine Man hat's mitbekommen In jüngster Zeit auch viel Und das ist auch gut Dass es so ist Dass Content Creator darüber reden Dass sie strugglen Dass sie Das Aber findest du das Ich auch voll spannend Dass gerade Content Creator Voll mit Mental Health strugglen Also finde ich Es ist eine spannende Dynamik Weil ich da Bevor ich Mit Creation angefangen Mit Creation angefangen habe War ich eigentlich ein relativer So ein Fels in der Brandung Mich konnte man nicht so schnell umhauen Und dann Nachdem ich hier so Creator bin Also ich glaube Es macht schon mit allem Etwas mit allem Was glaubst du woher das kommt Ist es Öffentlichkeitsdruck Ist es Druck Den du dir selber machst Oder ist es So Arbeitsverantwortung Ich glaube es liegt daran Dass Menschen nicht dafür ausgemacht sind So krasse Höhen und Tiefen zu haben Und Creator definieren sich ja schon sehr darauf So an Zahlen und an Popularität oder Hype Oder kein Hype mehr oder so Und ich glaube Menschen sind einfach nicht dafür ausgelegt So krasse Hype und dann wieder nichts Und dann wieder krass und dann nichts Und jetzt gehst du wieder steil und wieder nichts Ich glaube Das macht einfach etwas mit einem Vielleicht ist es so eine Koinzidenz Aus so vielen Parametern Wie beispielsweise Erstmal das Öffentlichkeitsding Dann dass Die Kohle reinkommen muss Mit Ich sag mal größtem Erfolg Stockst du ja auch in deinem In deinem Output so mehr auf Dass du mehr rein investierst Dass du möglicherweise Dir Mitarbeiter ranholst Genau du hast ein größeres Team Es ist viel mehr Verpflichtung Ja safe Und du kommst dann irgendwann Aus diesem Ey ich bin jetzt der freie Content Creator Wieder in so eine Rolle rein Ey ich bin total eingespannt Ja voll So weil du kannst dann jetzt nicht sagen Okay Ja alles klar ich arbeite jetzt hier So und dann machen wir jetzt mal Für zwei Monate mein Büro zu Weil ich mache jetzt frei Ja Das kannst du ja nicht machen Ja du hast ja eigentlich nur so aus Spaß angefangen Ja Die meisten ja Und dann kommt auf einmal ein Management rein Die was von dir erwarten Und dann kommt ein Team Dann hast du irgendwie Verträge 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 genau Brands die große Sachen Du musst ja irgendwie dein Geld verdienen So weil Spoiler Nur mit Content Creation Verdienst du halt kein Geld Du musst halt irgendwie Die Klicks machen Und halt ehrlich gesagt Auch Firmen ranziehen Ja Und dann kommen halt die Verträge Die haben halt große Erwartungen an dich Wenn du die Erwartungen nicht erfüllst Dann Was ja auch völlig Völlig fein ist Weil dir auch eine Stange Geld Da teilweise ausweht Ja ja safe Aber die Verträge Also Ja keine Ahnung Wenn es halt nicht Wenn du die Erwartungen nicht erfüllst Dann liegt es halt an dir Ja Dann hast du halt Kacke gebaut Nicht an deiner Firma Sondern an Fast schon an dir persönlich Ja Und vor allem alles steht und fällt Ja auch mit dem Content Creator So Jetzt beispielsweise Wenn wir jetzt hier das Problem hätten Toi 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 Das ist nicht passiert Ich würde krank werden Oder ich sag mal Über längeren Zeitraum krank werden Dann hätten wir halt kein Output für die Corner Weil da steht halt mein Name dran Ja Das heißt ja jetzt nicht irgendwie Einfach nur ja die Podcast Corner Sondern das heißt der Henkes Corner Und ich muss ja hier Bestenfalls dann ja auch sitzen Will ich ja auch So aber wenn Wenn wir jetzt quasi den Ausfall hätten So dann Das wäre auch Dann wäre auch doof Ja Aber es muss halt gemacht werden So weil Weil wir halt dafür auch unterschrieben haben So Ich mach das auch gerne Und das ist auch geil Und es gibt mir so total viel Freiheit In einem bestimmten Bezug Aber es verpflichtet mich natürlich auch Ja Aber mit all dem Also wir wollen jetzt nicht meckern Der Unser Job ist der Der coolste Job der Welt Und ich würde es jedem empfehlen Total Und andere Jobs sind Bro Wir operieren beide nicht am Herz Ja So Wir sitzen hier gerade und quatschen Deswegen so Das muss man sich immer überlegen Wir sind gerade nicht irgendwie immer OP Und retten gerade Menschenleben Ja Das ist auch einfach übelst krasser Druck Wir sind jetzt nicht systemrelevant Nee Gar nicht Nee Wir brauchen uns nicht Aber wir sind nice to have Ja Wir sind so die Wir sind so die Kirsche auf der Schwarzwälder Oder bei so einem geilen Stück Kuchen Sind wir so die Sahne Nee Aber auch geil Wir sind Oh das ist eine schöne Metapher Freddy jetzt hör auf Da ist dein Hund mit dabei Ähm Nee pass auf Wir sind so Wir sind so Also das Leben ist ein Kuchen Und wir sind die Sahne oben Und wir sind so richtig arrogant Wir sind da ganz oben Wir sind das geilste Ganz oben Nee Spaß Nee also ich Ich glaube es ist aber so ein Mittelmaß Weil es gibt erst mal die Leute Wie du machst die Aufnahme aus Dann heul ich dich Ähm Ich glaube es ist so ein Mittelmaß daraus Äh Weil die einen sagen Influencer braucht kein Mensch Was prinzipiell ja richtig ist Facts Aber auch äh Die die sagen Äh Influencer halt auf so ein Level Heben die sagen Oh Influencer sind total wichtig Ich glaube die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen Ich glaube Ich glaube es ist nicht verkehrt Dass sie da sind Was ich ja vorhin meinte So Ich glaube Influencer sind nicht wichtig Aber viele Jobs sind jetzt nicht crazy wichtig Es ist halt so Wir können halt nicht Das richtig runterbrechen So wahnsinnig viel Kein Schwanz braucht Designer Ja Ja safe Das sind auch einfach nur Einfach nur Künstler die Die ein bisschen Die halt für Für Firmen arbeiten Die Einfach schön aussehen wollen Safe So im Endeffekt ist Design ja nichts anderes Ja Also die wichtigen Jobs Wie keine Ahnung Bei der Bahn arbeiten Oder Äh Im Krankenhaus In der Pflege Oder so Ich meine die sind Auf einem ganz anderen Level Und die sollten auch alle viel besser bezahlt werden Müssen wir nicht drüber reden Aber ich meine Aber guck mal Da finde ich diese Diskussion zum Beispiel Immer quatschig Irgendwie die Influencer damit voll zu labern Ja hier Ihr müsst auch richtig arbeiten So und so Als hätten wir uns das so ausgesucht Dass jetzt Leute aus dem Krankenhaus Irgendwie schlecht bezahlt werden Oder als ob wir so schuld dran wären Ja Wo ich meine Sagst du Freunde So Die Diskussion Die Diskussion steht auch gar nicht im Raum Es ist doch eher einfach Die Frage der Politik Wer kann Das regeln Das Fachpersonal In Krankenhäusern In gesundheitlichen Sozialen Einrichtungen Gut bezahlt werden Das ist die Politik Die das regeln kann Wir sind jetzt Ich sag mal Wir können als Personen des öffentlichen Lebens Gewisserweise Druck drauf geben So Mit den Reichweiten Die wir haben Aber im Endeffekt Sind wir nicht die Entscheidungsträger Ich find's auch immer so funny Wenn Leute sagen Ja du verdienst ja eh nur Geld Durch Kaffee trinken Ich denke mir immer so Ja aber wäre das nicht krass Ja das wäre geil Würdest du das nicht auch machen Wenn du einfach nur Kaffee trinken könntest Und dann einfach Geld verdienst Ich würde es auch machen Ich wünschte es Wie krass wäre das bitte Mega geil Einfach so Geld fürs Kaffee trinken Oder fürs Chillen kriegen Geil Es ist natürlich Wie gesagt Oder da müssen wir auch nicht drüber diskutieren Es ist ein total privilegierter Beruf Safe Aber auch Was man nicht unterschätzen darf Weil Alle Die wir Hier glaube ich auch in Köln Einfach unterwegs sind Wir arbeiten alle viel So Und ich glaube daher Kommt dieses mit diesem Worauf ich jetzt den Den Bogen wieder spannen wollte Auf das Mental Health Ding Weil ich glaube Du kommst schnell In so einen gefährlichen Burnout Trott rein Wenn du Mit einer Sache Geld verdienst Du Du gerne machst Und dann verschwimmt So ein bisschen die Grenze Dass du sagst Okay es fühlt sich nicht wie Arbeit an Aber du stürzt dich voll rein Und machst dann irgendwie Keine Ahnung Ackerst deine 18 bis 20 Stunden Am Tag durch So Und vergisst dann aber total Auf deine ganzen anderen Befindlichkeiten zu achten Ja du machst das ja nur Ich habe auch Ich glaube bei jedem Gehalt Zahlst du mit irgendwas Also Und desto höher dein Gehalt ist Desto mehr zahlst du Mit Arbeit Mit Brain Capacity Mit deiner Ausbildung Desto höher das Gehalt ist Desto mehr Naja auch mit Verpflichtung Also mit Mit so Zeitverpflichtung Und ich glaube Creator zahlen Voll mit ihrem Mental Health Weil ich kenne niemanden Der komplett Da also Ich glaube aber auch Das ist auch so eine Theorie Nenn mir einen Creator Der einfach komplett entspannt ist Und einmal seine Der nicht so ein bisschen Struggle hat Jetzt wüsst du jetzt Du musst dich echt überlegen Ja Ich kenne keinen Kennt Content Creator Die nie strugglen Also nicht Die nicht außergewöhnlich Hohe Mental Health Issues haben Ich glaube ich habe keine Aus Ne Ich glaube ich habe es nicht Außergewöhnlich hoch Aber Ich bin schon jemand Der sich viel Gedanken So über Sachen macht Ja Aber ich glaube Ich glaube jeder Jeder Content Creator Struggelt Ja safe Vielleicht ist es auch einfach nur Die waren Vielleicht strugglen einfach alle Ja kann auch sein Vielleicht strugglen alle Und wir kriegen es einfach nur mit Dadurch dass wir Mit den ganzen Content Creator Drum hängen Aber weil es auch gerade Vielleicht in Öffentlichkeit So viel diskutiertes Ding ist Weil viele Streamer pausieren Weil Content Creator Sich zurückziehen Weil sie keinen Bock mehr haben Das kommt ja nicht von ungefähr Ja ja safe So das liegt jetzt nicht daran Weil wir alle so wahnsinnig wenig arbeiten Oder weil wir so wenig zu tun haben Ja Natürlich ist es chillig So wir kommen viel rum Und wir können cooles Zeug machen Und können irgendwie einen geilen Urlaub fahren Oder sowas Aber man sieht immer nur so Ich glaube das Das Oberflächliche Weil der Druck dahinter ist glaube ich Das was vieles halt ausmacht Das Ich sehe die Kommentare Ihr müsst jetzt nicht denken Dass wir so denken Boah wir arbeiten so übelst hart Und so Aber was ist halt Nein Dogshit Wenn du halt Wenn du halt coole Sachen machst Die du aber machen musst auch Und die du halt Super lange Super viele Stunden immer machst Dann ist es irgendwann auch Arbeit Ich meine Ich hoffe jeder hat Übertrieben viel Spaß In seinem Job Und liebt seinen Job Trotzdem ist es irgendwie Arbeit So You know Ich glaube im Endeffekt Wenn wir es runterbrechen wollen Was wir sagen wollen ist Wir respektieren alles So Und wir sind System relevant Und wir sind Absolut nicht System Man braucht uns nicht Aber wir machen auch nicht nichts Genau Wir machen ja irgendwas Wir machen ja was Und wir zahlen alle unsere Steuern Wir zahlen unsere Steuern Ja Na ich zahle auf jeden Fall Ich bin mir sicher Dass so viele auch ihre Steuern Ja leider Steuern Recht 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 sicher Wie war das Gefühl für dich Als du dann so gemerkt hast Okay du hast so Du verdienst jetzt Deutlich mehr Geld Als Also in Relation zu dem Was du vorher verdient hast Wie Wie Ich meine wir hatten davor Vor der Aufnahme schon So ein bisschen drüber gequatscht Wie war so Äh Die Akklimatisierung damit Okay Jetzt habe ich viel mehr Geld Als vorher Wie Kamst du damit zurecht? Hm Nicht so gut Ja Ähm Nicht weil ich auf einmal alles ausgegeben habe Oder so Sondern einfach weil Ähm Ich weiß Viele sagen das wahrscheinlich Aber ich bin wirklich nicht so Geld driven Also es ist mir wirklich nicht so wichtig gewesen Äh Ich wollte immer nur einen Job haben Der mir irgendwie Spaß macht Wo ich Wo ich Bock drauf habe Und wo ich nicht jeden Tag denke Oh mein Gott I hate my life Ähm Und weil das bei mir so ein krasser Sprung war Also ich hatte wirklich Gar kein Geld Ich hatte Studentenlohn Ich hatte wirklich Also ich habe Also ich habe wirklich Ab fast nichts gelebt so Und auf einmal Innerhalb von einem Monat Hatte ich auf einmal so Echt relativ viel Geld Und da irgendwie Es war für mich so wie so ein Druck Der so kam Ähm Ja genau Deswegen habe ich mir das auch nie angeguckt Und deswegen Bis heute Gucke ich da nicht so gerne drauf Ehrlich gesagt Pass auf Einen Take Den ich kurz mal reingeben kann Man Also für mich war das so Man Man ist so Sorgloser mit dem Geld Aber dann ab einem gewissen Punkt Einfach vielleicht ein bisschen zu sorglos Dass man sich sagt Ach ja guck mal Ich habe hier jetzt noch so viel Ja guck mal Dann können wir das jetzt auch Dann kann ich das auch ausgeben Ja Aber vielleicht ist das dann Ist an dem Punkt dann der Fehler Dass man sich so Nicht so selber das Maß unbedingt so setzt Und dann kommt man vielleicht In so einen Trott rein Dass man mehr Geld ausgibt Ja Und nicht mal so sehr drauf achtet Ich finde das ist auch so Es war so ein krasser Step Zum Erwachsenwerden Weil ich meine Ich hatte meinen Studentenlohn Da konnte ich nichts sparen Da konnte ich nichts anlegen Da konnte ich nichts mitmachen Und da musste ich Da habe ich meine Rahmenudeln Und meine Pesto und so gekauft Und mehr konnte ich da eh nicht mitmachen Und das war so ein Sorgloses Studentenleben Aber dann kam halt das Geld rein Und dann auf einmal wird so Ja da musst du eine UG anmelden Und die Steuern zahlen Und die Papiere Und das Und dann gleichzeitig Kannst du dir auch mehr leisten Also leistest du dir auch mehr Ja Und musst aber alles auch belegen Und so Und ich fand das gar nicht Also ich mag auch gar kein Geld Ich würde wünscht da am liebsten Ich hätte einfach so ein Konto Wo ich Unlimited wie Geld drauf Und ich kann das lachen Und ich müsste keine Belege Machen Und keine Steuern Und so Ich glaube das hätte jeder gerne so Das ist Konto zu viel Ich glaube das wäre jeder I know I know Ja Oh sorry Sorry Habe ich gekickt gerade? Nee, nee, hast du nicht Okay gut So weggeslidet Sorry Freddy Freddy ist auch hier Wenn wir Freddy irgendwie zeigen Gib mal Freddy hoch Das ist Freddy Ey, Freddy ist Freddy ist mein Freund einfach jetzt Freddy ist hier mit am Start Vielleicht Freddy hast du jetzt ein Ja Sagst du? Ja Und benimmt er sich? Gehen wir uns auch mit so einem Kleinhund in so eine Hundeschule? Ja, ich war bei der Hundetrainerin Hä? Aber ehrlich gesagt Der war so lieb Also der ist so ein Ich musste nicht so viel wegerziehen Ja Er ist wirklich einfach ein guter Hund Er ist wie so ein Baby Jetzt schlägt er da rum Ja, er schlägt er Der küsst Knutscht immer Stabilatze irgendwie Ja, Mann Das ist jetzt so Zwergspitz? Ja, das ist ein Zwergspitz Das ist ein Hatte ich auch einen übelsten Shitstorm für Warum? Das ist aber ein Hund Ja Ach, wegen allem Möglichen Ach, weil das war so Kleingezüchtete Rasse oder wie? Ja, genau Ach ja, aber die Leute haben irgendwie immer was zu meckern Ja, und weil er nicht aus dem Tierheim ist Und eine große YouTuberin hat damals einfach Echt einige richtige Hetzende Videos gemacht Die waren echt Die haben reingehauen, du Ja Das war nicht so cool Da wurde ich auch auf der Straße angespuckt Ehrlich? Ja Wie ist es Vielleicht Wenn du willst Können wir da auch drüber Quaschen Wenn du fein damit bist So mit Mit Hate Ja Ich sag mal Du hast jetzt aktuell Dieses Dieses Dating Format Und da ist es vor Ich sag mal Es ist Es ist Format Was dazu prädestiniert ist Dass Leute drauf reacten Und die Reaktionen sind nicht immer gut Auf Ich sag mal Manche Charaktere Wie Wie gehst du damit um? Beziehungsweise wie Wie briefst du die Leute darauf? Dass Sie sich darauf einstellen müssen Hey Es kommen vielleicht nicht immer so nette Nette Kommentare auf euch zu Weil ihr euch hier halt Auf eine öffentliche Plattform begebt Ja Also ich muss ganz ehrlich sagen Mein Bei meinem YouTube Kanal Die meisten Leute sind Also meine Community da sind echt nett Ich finde ich Also ich finde ich sehr 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 nett Mit Philo jetzt zum Beispiel War das Das erste Video Wo ich so richtig Wie richtig Hate bekommen habe Und der hat ja auch polarisiert Aber Ach mir tut Philo da einfach leid Weil er ist einfach so ein netter Typ Er ist einfach der liebste Typ ever Und Leute haten einfach auf ihn drauf Und jetzt bei meinem neuen Video auch wieder Es tut mir einfach total leid Und ich wünsche es wird nicht so passieren Ähm Wie ich mit Hate umgehe Mal so, mal so Manchmal tut es mir richtig weh Und manchmal juckt es mich gar nicht Wie ist es Ist es über die Zeit besser geworden Dass du ein dickeres Fell dafür aufbauen konntest? Ja natürlich Also über die Zeit Ist es auf jeden Fall weniger geworden Also zumindest Einzelne Kommentare jucken mich nicht mehr Ja so Aber sagen wir so Wenn die Irgendwas Bemängeln Wo ich selber Insidiv schon bin Dann Dann trifft es er Ja klar Wenn jemand mich irgendwie Dumme Schlampen nennt Oder so Dann denke ich mir halt Das ist halt so platt Das ist so platt Mich trifft es auch nicht mehr Wenn der irgendeine Hohen So und drunter schreit Ich hab letztes Mal einen Kommentar gehabt Liebe Grüße Der hat gesagt Ich seh bescheuert aus Mit Sonnenbrille Hallo Was ist das denn Alter Blöd Mann Bist du so ein schöner Mann Ja Sonnenbrille sieht noch cooler aus Alter Finde ich auch Was los Ich hab den aber nicht gelöscht Der hat auch letztes geschrieben Dass das Format total langweilig ist Frech Selber schuld Da guckst du halt nicht Schreib nicht den dritten Kommentar Oder zu irgendeiner anderen Supermarkette Das wird sowas von nicht reingestimmt Geh doch in einen Supermarkt Ne Wir können Wir können gerne Auch nochmal über dieses Philo Philo Thema quatschen Weil ich glaube Dass Felix Ich mein Natürlich Wir wissen alle Das ist Sehr polarisierender Charakter Den er darstellt Aber ich glaube Felix ist auch jemand Der Durch Ich sag mal Ungünstige Situation In einem Lichter steht Was nicht dem gerecht wird Wie er eigentlich ist Ja Und ich glaube Es ist Für mich auf jeden Fall Die mitunter missverstandenste Person Der deutschen Szene gerade Ja Finde ich auch Er ist halt so ein höflicher Typ Einfach Eigentlich Er ist so ein höflicher Typ Es klingt so Banane jetzt Aber ja Es ist ja so Er ist so ein höflicher Typ Und es tut mir richtig weh Weil ich Noch viel mehr Als Als ich meinen Shitstorm Damals bekommen hab Dachte ich so Ist scheiße Und ist auch übertrieben Und ich meine Die Leute haben echt so getan Als hätte ich jemanden umgebracht Wenn ich ehrlich bin Magst du sagen Worum es da ging Ja im Endeffekt war es einfach Weil ich mir Freddy gekauft habe Achso Achso Es war noch die Die Hunde Ja genau Okay Aber Die hatten zumindest Punkte Die waren auf jeden Fall richtig Und da hab ich auch falsch kommuniziert So Aber bei Philo denke ich mir Leute Ich würde dir am liebsten Alle so wechrütteln Und sagen so Das ist ein Joke Was er macht Das ist ein Witz Der ist ein total netter Und Das ist einfach sein Humor Ja Und versucht den mal zu verstehen Versucht einfach mal die Ironie dahinter zu verstehen Dann würdet ihr es vielleicht checken Als einfach netter Typ Ich glaube was auch wichtig ist zu sagen Ich meine ihr hattet ja schon diesen Disclaimer von dem Video Der ist aber ja auf TikTok So schwer aufgetaucht Weil dann natürlich Leute sich Clips aus diesen Videos rausziehen Und das dann selber hochladen Und selber den Content so recyceln Ähm Aber man muss Ja vorweg sagen Die Mädels die dort waren Waren ja drauf gebrieft Dass Felix das macht Was er da macht Voll Die wussten es alle Der hat sich vorher mit den total nett unterhalten Der hat sich nachher total nett mit ihm unterhalten Die Es war eine richtig gute Stimmung am Set Und deswegen dachte ich Der Joke kommt auch rüber Aber Vielleicht haben wir das auch zu harsch geschnitten oder so Aber Ja Keine Ahnung Aber ist es jetzt nicht so Dass du irgendwie Fehler bei euch siehst im Nachhinein Ne Also wir haben die Videos auch fellow geschickt So Aber ist es was worüber du dir viel Sorgen machst Dass du sagst so Wir hätten da und da auf jeden Fall was anders machen müssen Um das zu vermeiden Oder Wäre es zu dieser Situation War es einfach ein ungünstiger Zeitpunkt Weil vielleicht auch dieses Red Bull Gamescom Ding da hinterher hing Ja Vielleicht hätte ich vorher mit ihm vernünftig Also nochmal darüber reden sollen Dass vielleicht Wie das hätte aufgefasst werden können Ja Ja aber Ich weiß nicht was ich da Was ich da hätte machen sollen Es ist einfach ungünstig gelaufen Ja Auch schade eigentlich Lein Echt ein cooler Typ ist Aber und das Witzige ist auch so Ich habe so viel cooles Feedback von unserer Bubble bekommen So mit jedem Denen ich auf der Party gequatscht habe Immer gefragt habe so Welche Folge findest du am besten Oder die Leute die gesagt haben Dass sie mein Format cool finden Kam so oft fellow Es kam so oft Ja Fellows Folge war die lustigste Weil die Leute halt fellow in echt kennen Genau Und ich glaube das ist ein großer Unterschied Genau Alle Die so zu mir gekommen sind Meinen so Ja Fellows Folge die beste Einfach so witzig Weil die halt wissen wie er ist Ja Und niemand fand das zu viel Aber Leute die ihn nicht kennen Denken halt das ist zu viel Aber ich meine verstehe ich auch So Ich verstehe auch so manche Punkte Wo er dann sagt so Ach ja hier das Tattoo Und so So sage ich dann auch so Hm Ah Bruder So ja okay Check ich Äh Dass Leute das halt sehr kritisch sehen Aber so mit dem Hände desinfizieren Auch so Hä Offensichtlich ist das ein Joke Ja aber es ist auch Ich denke guck mal Da sage ich zum Beispiel Das ist so Banane Das kann niemand ernst meinen Genau So als ob du wirklich als Girl dann denkst Oh ja der findet mich eklig Nein Das ist offensichtlich Was witzig So ein Joke Ja Offensichtlich macht er das aus Gag Ja Also das sind so Sachen Wo ich mir auch keine Gedanken drüber mache Klar sind das Szenen Die können missverständlich sein Äh aber wie gesagt Ich glaube das Schwierige daran ist Dass viele einfach nicht Die Den Zugang zu dieser Dynamik Oder dieser Zwischendynamik Zwischen Content Creator Noch teilweise haben Weil wir Wir kennen uns Und wir beide jetzt nicht so Nicht so doll Aber wir kennen uns eigentlich Alle so untereinander Gerade im Kölner Raum Voll Jedes Wochenende ist irgendwas los Und äh Man Alleine hier am Flamingo Ist eigentlich jedes Wochenende Irgendein Influencer unterwegs Und das ist sowieso komisch in Köln Weil in jeder scheiß Ecke Irgendein Influencer steht Wenn man durch die Stadt läuft Ist das so krass oder? Ja im Sommer ist das geisteskrank Im Sommer An den Ich sag mal Klischee Cafés Oder so Restaurants Irgendjemand Von Instagram Oder TikTok Oder Youtube Den man kennt Ja Sitz da rum Ich hab auch das Gefühl Ich sehe alle schon viel zu oft Ja Um Gottes Willen Ja Wow Jeder Party So viermal die Woche Ist auch so eine krasse Feier Community Ultra Ich sag echt ziemlich aus den meisten Sachen raus Also ich trink Ich trink auch keinen Alkohol und so Deswegen bin ich bei manchen sowieso da nicht dabei Weil man dann dann irgendwann Ab einem gewissen Punkt einfach zu viel wird Ja So aber Hier wird schon Hier wird schon ordentlich einer Hier wird gelebt Ja Hier wird ordentlich einer Er hat den Tisch getreten Hier wird richtig gelebt Ey Also ich glaube in den ersten zehn Tagen Als ich hier war War ich auf zehn Partys eingeladen Ja Das ist so krank So geisteskrank Also es ist auf jeden Fall Jede Woche ist immer irgendwas Das ist geil Manchmal ist es auch sauer exhausting Ja Und ich freue mich eher drauf Wenn wieder Sommer wird Dann wird es alles wieder ein bisschen chilliger hier Und man kann sich irgendwo draußen entspannt hinsetzen Das finde ich immer geiler Ja Als wenn wir alle in irgendeinen Raum rein zwängen Und machen jetzt alle Disco und so Aber jetzt ist sowieso Ende des Jahres Jetzt wird sowieso alles entspannter Ja Finde ich auch Ich mag das auch Aber man wird doch schnell so Man kommt schnell in so einen Sog irgendwie rein hier Cool oder? Ja ja safe Ja Aber Noch Bis jetzt finde ich es noch cool Noch ist alles gut Bis jetzt finde ich es noch cool Ja Wir lernen uns rein Mit eurem Freddy Alter Freddy chillt gerade übel ab, Digger Ja Was wird Freddy los? Der ist so Ich finde den so geil Ja Der ist immer dabei Der ist ein richtiger Atze Ja Alle lieben ihn auch Es ist so cool Was kommt als nächstes? Was steht als nächstes bei dir an? Was sind die nächsten Projekte? Hm Also Jetzt kommt erstmal eine Folge Jetzt kommt eine Folge mit Zamex, ne? Ja Die war so gottlos Er ist so witzig Wann kommt das hier online? Ähm Nächste Woche Geil Also wir haben heute Haben wir glaube ich den 12. oder 13. Aufnahme haben wir den 13.12. Also nächste Woche Mittwoch Müsste der 19. sein Ne Der 20. Der 20. Am 20. kommt das raus Ah Ja dann um den Dreh Kommt auf jeden Fall auch die Folge mit Zamex raus Wir haben so einen Glühweinstand aufgebaut Nein Ja das war so witzig Wir haben einen Glühweinstand aufgebaut Und dann hat er Seinen Glühwein Im Wasserkocher gemacht Ey das ist doch so scheiße So geil einfach Der ist auch so ein netter Typ einfach Der ist die Vollherde oder? Ja Ich liebe den über alles Woher holt er seine Sprüche raus? Das finde ich halt so geil bei Mike Weil guck mal Viele sagen so Viele haben halt so den Grundeindruck Oder das Grundklischee so über Mike Dass er halt so ein trotteliger Dödel ist Weißt du Aber der ist eigentlich Wenn man es richtig runter bricht Und sich mal richtig mit dem befasst So ein arsch wortgewandter Typ Und ich halte ihn auch für Ja der wird mir das so über die Nase reiben 100% Aber ich halte ihn tatsächlich für einen sehr intelligenten Typen Ich glaube ich auch Was so wortgewandtheit angeht und so Der ist krass Der haut in 0,3 Sekunden so krasse Sprüche raus Und noch einen und noch einen und noch einen Unglaublich schlagfertig Ja super schlagfertig Und der so Aber dann auch so asozial Also geil ist aber Ich glaube der könnte halt So oder so schlagfertig sein Und er entscheidet sich halt dafür So auf Bauernlevel assi schlagfertig zu sein Aber er könnte halt genau auch andersrum schlagfertig sein Und ich bin halt überhaupt nicht schlagfertig Ich stehe dann immer so in Lach einfach Pass auf Sophie Wir kommen jetzt langsam Richtung Ende der Folge Leider oh nein Aber davor Bevor wir hier den ganzen Bums abmoderieren Machen wir noch das Corner Buch Weißt du was das Corner Buch ist? Nee Das ist immer mein Freunde Buch immer am Ende Da kommen alle rein Die hier quasi mitgemacht haben Ah süß Dann gehen wir ein paar Fragen durch Okay hau raus Bist du bereit? Ja Name Also haben wir Sophie Hast du einen zweiten Namen? Ich heiße eigentlich An-Sophie An-Sophie Oh süß irgendwie An-Sophie Was ist Spitzname Anso? Früher ja Ehrlich? Anni? Sof? Meine Eltern nennen mich Anni Echt? Ja sof Aber die meisten hier in Köln nennen mich Sof glaube ich Oder Sof Sophie Wie sind deine Eltern damit umgegangen Als du da so quasi gesagt hast Ja ich werde jetzt Content Creatorin, Influencerin Wie ist da die Meinung darüber? Also meine Eltern waren nicht so begeistert Vor allem weil ich nicht weiter studieren wollte Ja Und dann irgendwann Meine Mutter wurde überzeugt Als sie einen Artikel in der Rheinischen Post gesehen hat Ach geil Das ist voll das Ding oder Wenn so Eltern Wenn so Eltern Werken so ab dem Punkt Okay Du findest in dem alten Medium wieder Zeitung statt Dann okay Dann ist fein Dann hast du einen Job Alles klar Okay das ist ein Ding Okay Und mein Vater Hab ich gefragt Weil mein Vater Brauchte ich Hilfe bei meinen Steuern Ja Hat dann natürlich in meine Zahlen reingeguckt Ja Und hat dann gesehen so Ach Ne mach das ruhig mal weiter Das ist doch Das ist doch schon ein gutes Das sind ja gute Zahlen Ja Das ist ja ein gutes Gehalt Mach mal weiter Ne mach da ruhig mal Ne Influencing Find ich super Ne das ist gut Gut Geil Also da ist alles Da ist alles Tudi Ja ja toll Sehr schön Die supporten mich auch total Sehr sehr geil Wenn man dich jetzt so auf der Straße sieht Wie soll man Wie soll man dich am besten nennen Sophie 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 Wann hast du Geburtstag 13.03 13.03 Ja Ich hab am 10.04 Bist du Bin Fische Widder Ist Widder gut oder schlecht Keine Ahnung Du bist auch Widder oder nicht Keine Ahnung Ich hab gedacht du bist so in diesem Sternzeichen Game drin Echt Ja ja Hätt ich gedacht Bist du gar nicht Boah krass Weißt du nicht mal deinen Aszendenten Doch Hahaha Okay sag Äh warte 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 Zwilling Hä ich glaub meine auch Und ähm Mondlöwe Okay Keine Ahnung Weiß ich Weiß ich nicht Was ist dein Äh Was ist deine Lieblingsbeleidigung Hast du sowas Hurensohn Ehrlich Das ist Klassiker oder Ja Das ist Evergreen Hurensohn ist Evergreen Der klassische Hurensohn Da hast du ein richtig geheimes Talent Wovon keiner weiß Du kannst so Posaune spielen oder sowas Hast du kannst Ich war mal Ich war mal Äh Ich war mal in so einem Wettball Wäre Deutschland Beste im Querflöten Hahaha Nein Deutschlands Beste im Querflöten Ja ich musste so ein Ich war in der Musikschule Habe ein Querflöte gespielt Und dann haben wir ähm Irgendwie so eine Musikprüfung oder so Wann soll ich kurz warten Ja ist gut Ja Haben wir so eine Musikprüfung gemacht So eine deutschlandweite Und dann habe ich irgendwie War ich die Beste die abgeschnitten hat Also hast du richtig Querflöte rasiert Das ist irgendwie scheiße Und geil gleichzeitig Einfach krasse Querflöte sein Okay Wir tragen Querflöte ein Was war denn mal richtig unangenehm Kann einem denn richtig unangenehm sein Ich weiß es nicht Was sagt man dann Ja vielleicht irgendwie Was passiert ist auf dem Event Oder sonst irgendwas Irgendein Irgendein Schwank aus der Kindheit Aus der Jugend Boah Leute Das ist sowas So spontan Sagen Ja ja klar Deswegen machen wir es ja Ich weiß Ich Keine Ahnung Ah ich bin mal auf einer Hausparty Wo so 300 Leute waren Von oben Von der Treppe oben Ganz nach runter gefallen Dann bin ich wieder hoch gegangen Weil ich mein Handy vergessen habe Und dann meinte mein Ein Typ Auf dem ich übelst stand früher Ja Meinte so Hey gar kein Ding Sophie Haben nur alle gesehen und gelacht Oh nein Oh scheiße Und ich war so verliebt Na ja Wurde du auf was? Hä? Also Hattest du dir noch gedatet irgendwann Oder war das Ja 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 Macherin Jawohl Alter Aber damals wusste ich noch gar nicht Dass der auch interested ist Aber Ja Das ist immer die Scheiße Wie alt warst du da? Keine Ahnung 20 oder so Ach guck mal Oder 19 Hast du eine komische Angewohnheit? Ja Ich hab so einen Tick Ich muss immer Wenn ich die eine Seite Ich klinge jetzt ganz psychose Okay Ich bin gespannt Ich muss Wenn ich die eine Seite so berühre Muss ich die andere Seite auch berühren Ich versuche dagegen anzukämpfen Oder musst du es Wenn du es einmal gemacht hast Musst du so Es muss irgendwie Die gleiche Intention Also es muss die gleiche Stärke sein Okay Ich versuche dagegen anzukämpfen Das heißt Ich muss es nicht immer machen Aber in meinem Kopf Idealerweise Muss ich immer alles Links und rechts Gleichzeitig machen Ich glaube das ist so eine Zwangsstörung Die habe ich Okay Ich wollte gerade sagen Es ist funny Aber wenn es eine Zwangsstörung ist Dann so okay Nee Das ist aber Die ist nicht so dramatisch Ist nicht so dramatisch Ich hoffe du schaffst es Geil Was findest du richtig scheiße Oh jetzt Ich rieche schon fast das Name-Dropping gerade jetzt Du hast gerade schon so geguckt So Ja wen fick ich jetzt Haben wir vorhin auch drüber geredet Wenn ein paar Creator sich zu schnell in ihrem Ego gekränkt fühlen Und dann super schnell aggro werden Wir hassen das Da haben wir vorhin auch drüber geredet Hält mir auch ein Name ein Nächste Woche dann in der Corner Spaß Das magst du richtig gerne Glühwein Geile Antwort Finde ich gut die Antwort Finde ich gut Pass auf Ich habe immer so So eine Playlist Die ist dann hoffentlich jetzt auch langsam mal fertig Oder ist dann langsam mal rausgekommen Dass ihr der folgen könnt Wir haben so eine Playlist Da packen wir einmal Darf jeder Gast einen Song drauflegen Oh mein Gott der Pressure Hast du gerade einen Lieblingssong Den du viel hörst Komm Freddy Mach dir bequem Alles von NF Eigentlich Alles von NF Ich kann jetzt die komplette Diskografie von NF drauflegen Ein Song Das ist der geilste Song Welchen finden sie richtig gut Aber NF ist auch krass Was ist dein Lieblingssong von NF? Boah mir ist das immer alles zu düster Aber dieser eine der Ich kann ehrlich gesagt keine Songnamen Time Aber Time ist gut Time ist gut Nehmen wir Nehmen wir Time Nehmen wir Wir packen Time auf Time ist auch der größte Das ist so oberflächlich NF Ich hab in NF nicht viel reingehört Weil es immer zu düster war Wie gesagt Aber Time fand ich sehr sehr gut Und war auch glaube ich Der erfolgreichste Ich verstehe nicht Wie Leute so gut mit Songnamen sein können Ich mache mal die Playlist an Und dann höre ich mir die Songs an Aber ich weiß nicht wie die heißen Warst du schon bei den WWW Jungs? Bei Walter Jones immer? Ne Da musst du mal hin Wir wollen Songquiz spielen War ich letztes erst Gab es auch eine Folge Ich kann den Song eigentlich ganz gut hören Aber ich weiß die Namen nie Okay okay Also Song haben wir Haben wir noch Pass auf Der letzte Punkt Das war mein Lieblingspunkt Ne Spaß Eigentlich ist mein Lieblingspunkt Der mit der Beleidigung Aber mein zweiter Lieblingspunkt Das hätte ich mir sogar denken können Ist Pass auf Deine Weisheit an die Welt Und damit runden wir es dann ab Leben und leben lassen Ey kannst du ehrlich Es sind die simplen Dinge Zack So Es war sehr sehr schön mit dir Ich bedanke mich viermal Danke dir Es war richtig cool Ein kleines Handshake drauf So zack Abgedealt Und wenn euch die Folge gefallen hat Könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben Bewertet den ganzen Bums Auf Spotify Auf Apple Schaut es in der Mediathek Ihr könnt es auf YouTube auch runterladen Und anschauen Du bist auch bei Funk Bei Karma Regeln Karma Regeln Auf TikTok Könnt ihr mal nachschauen Ja Ja Wenn ihr Hier klickt Ja Kommt ihr auf Das letzte Worldwide Wohnzimmer Video Erkennst du den Song mit Rumatrau und mir Ich bin dann mit dabei Deswegen verlinke ich es jetzt einfach Oh mein Gott Und darunter kommt ihr zur letzten Corner Folge Bis dahin Wir sehen uns bald wieder Bis nächste Woche Tschüssikowski Aus der Corner Tschau Tschau